willkommen zurück zu einer weiteren folie im period ich habe hier schon mal ein bisschen was gekramt um mir ein bisschen warnen mehr gedanken zu machen um vor einigen ein bisschen stein abzubauen etc in 100er block erst mal wir nehmen dass wir erst mal komplett mit und denn werden wir sehen wo wir uns niederlassen werden wir werden erstmal gucken in die richtung weil da wurde schon ein bisschen was vorbereitet sozusagen wir werden natürlich schön das moped dazu nehmen ist natürlich nicht immer meine erste wahl wenn es nicht anders geht dann müssen wir das halt so machen weil das nämlich in richtig schön große große seesein wo man sich richtig schön niederlassen könnte rein theoretisch und auf dem weg dahin sagen wir einfach noch ein bisschen falls man irgendwo was sehen an metalle auf zum beispiel hier vor allem eisen haben wir das war darum müssen was bauen können etc deswegen habe ich da schon mal 100 blöcke gebaut das war da zumindest ein bisschen den anfang haben aber da war nämlich auch promethium erzlauer das bietet sich mich ja alles wunderbar an ja normal also wer ist da eigentlich online ja ach so ganz vergessen den dach zu sagen ja kann man ja nicht wahr sind ja hier liegen alles normale steine rum ja guck mal also war ja auch schon fast ranne denn das kupfer und eisen und promethium wird eigentlich nur noch silizium was haben wir links vielleicht ja schon silizium mal gucken was mal hier so hier von namen oder finden werden dann kann man das auch zumindest abklappern ach so nicht aufnehmen wir wollen die brüste steine haben es ist es vor allem hinter uns ok listigen der listigen geposten wollen wir den komplett umfahren nach links rum da sind nämlich sowieso so ein bisschen zick zack fahren oder ich glaube nämlich auch dahin dass man eisenerz lara weil gucken auf der gerade hier mit zum erz dass ich erst mal so so erstmal links mit fahrern aber zumindest muss ich erst mal den hier ein bisschen oben schippen was jetzt zumindest der außenposten ist ja ja und da lasse ich die mal liegen das ganze kann man eigentlich hier schön mal ein zwei fotos mal zwischendurch machen mit da habe ich überhaupt was ist mit dabei da war ein so links riegel habe ich noch dabei wo kann man zum beispiel die kläden sehen aber hier runterfahren dann können wir den kurz mitnehmen ja weil die kümmer uns nämlich hier das schon mal mit kraften dass man da eventuell schon mal ein bisschen was an nahrung mit haben das liebe ich doch immer hier berg hoch und runter das hat sich richtig geil und mit dem moped großer see das ist der hier noch nicht bestimmt zick zack fahren zick zack fahren zick zack fahren jetzt soll ja nicht so viele bäume ja ich hab dann auch schön die ketten sehen um denn da das alles vor allem ein bisschen dings zu bekommen das ist doch hier im schönen video war oder so wie das bringt doch fast ja auch nicht mehr zum erzlauer und mit zum erzlauer auch zwei stück ja dann ja das ist doch mal schön und dann noch eins oder wie sieht das aus hier das ist das da oben fliegen das schiff oder wird ja ich muss mir hier ganz kurz rein auch hier ringsherum überall hilft ja ja nicht ach gucken sie mal hier an hier wird schon fleißig abgebaut oder was hilft ja ja nicht da bin ich noch nicht mal einsatzweise soweit na gut ich hab jetzt auch eben gerade wieder schreckt mich nicht so dino ich hab eben gerade wieder ja sag schon zeigte mir das schon die eisenerzler an ja da an dem scheiß kleinen stein oder was ey ich bin heute schon ihr reizt wenn nämlich das wunderbare spiel ähm ey rutschtor ähm achso da ähm ne das wunderbare spiel space engineers was mich jetzt zum wahnsinn treibt hat es mal wieder geschafft dass ich sage legt mich am arsch ähm ich werde das erstmal nicht mehr spielen bis ich irgendwann wieder lust drauf habe dauert aber denke ich mal noch ein bisschen weil ja ich war ich habe ja schon deutlich das raumschiff angefangen war von mal aus der hülle her auch schon soweit fast halb fertig gewesen wollte denn eigentlich ähm eigentlich so morgen ein video machen denn also aktuell heute denn ne wollt ihr mich ja verscheißern ey muss ja zickzack fahren wie sonst was ey aber der reaktor ist doch eigentlich nicht bewaffnet oder werden wir gleich sehen ähm also er war es zumindest mal eventuell vielleicht hat sich da schon jemand jemand weg rein ja ähm kupfererztlager haben wir jetzt auch gefunden schön nein komm 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 ähm nein ähm musste denn eben ähm noch ein bisschen ähm erze mit abbauen mit meinem schönen kleinen Bohrschiff und da war einfach denn das problem gewesen dass ich schön äh erze abgebaut habe idc und ach so ich habe gedacht hier ist noch ein eisenplotze ähm hab da wunderbar äh ja verschiedene ressourcen abgebaut vor allen Dingen äh silizium um da in in der haufen ähm fenster zu machen und da war es dann so gewesen ähm ja alles schön abgebaut ähm mag aber auch noch da gewesen eben ähm ähm der asteroid mit allem drum und dran war weg gewesen so dass der große sie sind ich weiß es nicht denn dahinter kommt auch noch mal ey mensch hättet ihr hier nicht mal ein bisschen krater das land machen könnte hätte ich auch da bleiben können ja zum glück kann man durch diese kleinen bäumchen den durchfahren ja aber gleich nehme ich jetzt im großen mit ich wollte mich gerade schon beschweren aber das ging ja nochmal gut ähm also hier braucht man unbedingt ähm ein kleines flugobjekt das ist ja auch mal schöner hintergrund immer jetzt müssen wir hier nur noch ein schönes bauplätzchen finden ey du bist hier ein offroad bike ey hab dich mal nicht so hier ne dazu sagen wir jetzt einfach mal nichts ach guck mal die kleinen viecherchen schon wieder hier an die bösen bösen geschöpfer ach so habe ich eigentlich so einen starter block gebaut ja habe ich jetzt ist natürlich die frage ach so das muss ich so oder so mal alles weg machen dann wo wir denn bauen werden vielleicht finden wir hier irgendwo eine schöne stelle am strand weil hier muss man ja das ganze so machen dass man anfangs ja doch relativ gut bauen können weil ich will unbedingt auf das ding da gucken er ja hier wird also eine aussparung er ich würde sagen wir das hier noch weiter hin näher hier wird also eine aussparung da komme ich doch gerade her ziemlich verarschen was im rücken er legt mich doch jetzt hier da müsste ich doch eigentlich durchkommen das ist doch eigentlich nur sand der zimmer jetzt sieht es nicht auf so einer landzunger aus jetzt bin ich nur gespannt wo die anderen sind aber das war schon irgendwann herausfinden jetzt haben wir zumindest hier ja doch ein bisschen weiter weg sage ich mal ja ist schon relativ groß der sehen also muss man schon mal sagen es waren ja immer hier ist ohne relativ großer sage ich mal aber prometium 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 alien watchtower das ist ja aber denn eigentlich eine in richtung adm denn eigentlich also admin base reaktor da ist der kupfererz lager und das eisenerz lager mit daneben an die dings haben sie da schon mit soweit gemacht also langsam muss ich mal wirklich hier ein bisschen power geben so dumm das ganze wir haben ja so oder so denn hier zumindest so hatte man ein ja wenn man vorher was anderes gespielt hat dann ist das immer ein bisschen kritisch wir haben ja auch noch gar nicht an abbau geräte sage ich mal außerdem leider den brocken könnte man jetzt dazu nehmen aber da sage ich mal nur nein dazu ich werde mich desto trotz war hier nämlich sofort die drohnen anschwimmen wenn das wirklich so mich hier erstmal komplett unterbuddeln sage ich mal denn das da unten aufstellen und dann zumindest im unterirdischen bereich da mich ein bisschen schick machen dann muss man wirklich mal holen da das ganze denn haben wir ja so oder so hier die eisenerz sachen aber den markern großer see den können wir zum beispiel mal entfernen kann man das auch entfernen also habe ich wahrscheinlich aus versehen auf bearbeiten geklickt ja die kann man eigentlich auch hier überhaupt überhaupt noch gleich nochmal komplett neue wegpunkt das war da das komplett denn richtig haben größe mittel was wird das hier gewesen hochmittel also passt das eigentlich soweit alles so dann sage ich erstmal bis zum nächsten mal und bis dahin denn bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020